Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Hotel, ich bin Sarah Mohr von Steffisburg, Hausfrau und Mutter von drei Kindern. Darüber, wie das Glück einen findet, studiere ich viel. Heute erzähle ich Ihnen eine Geschichte darüber, wie man über dreckige Schuhe zum Glück finden kann. Freddy steht fix fertig angelegt im Eingang für aus dem Haus. Der Rucksack hat er schon gesattelt und da kommt in mein Sinn, dass es zu neun noch nicht drin ist. Er läuft zurück in die Küche, schnappt sich sein zu neun Böckli, packt es ein und als er das nächste Mal um Mutti unter die Augen kommt, ruft das «Nein, Freddy, geh jetzt noch! Schau mal!» Er schaut zurück auf die Dreckspur, die er hinter sich nachzieht. Dreck, der über die Nacht trocknet ist und jetzt aus den Schuhen rünnelt. Wie wenn er sich vergewissern will, ob das wirklich aus seinen Schuhen kommt, stampft er zweimal fest an den Boden und sieht, dass noch mehr Dreck aus den Schuhen fällt. Fasziniert von diesem Vorgang, stampft er noch ein paar Mal vor sich hin und schaut, wie das Dreckhäufe unter ihm ging grösser wird. «So, fertig jetzt! Es reicht raus! Aus dem Haus! Geht jetzt!» Freddy schaut durch, schmunzelt, drückt der Mutti einen Mund und geht aus dem Haus. Die Mutter schüttelt den Kopf, schnauft eine Staufe durch und kann sie kaum glauben, was für eine Dreckerei jetzt da am Boden liegt. Sie seufzt und putzt zusammen. Irgendlich über den Dreck, der schon so früh am Morgen liegt. Und andererseits ist sie auch dankbar über die gesungen Kinder, die nachmittagelang im Wald rumnürzen und eben den mit dreckigen Schuhen am Abend nach Hause kommen. Sie nimmt sich fest vor, bei der nächsten grösseren Putzaktion den Pajas einzubringen. So schnell kommt er der dann nicht davon. Aber sie war ja auch mal ein kleiner Strupf und erinnert sich, dass sie nie verstanden hat, wieso es so eine Aufregung gibt, wie da ein bisschen Dreck aus den Schuhen fällt. Hey ja, neben all diesen grossen Problemen auf der Welt gehört das sicher zu den Kleinen. Und es ist doch schön, wenn der Tag mit Problemen anfängt, die sich so einen Ring beheben lassen lassen. Und jetzt, das spürt sie deutlich, hüpft Glück in ihr Herz. Dreckige Schuhe hat es gebraucht, für dass sie Glück empfängt über ihr gesungen Kind. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch heute auch Glücksgefühle. Glücksgefühle, die dann kommen, wenn sich ein Problem in Luft auflöst oder sich ganz leicht und lockig lösen lassen 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 lassen. Der Psychologe François Lelort hat ein ganzes Buch geschrieben über das Glück. Und die Lektion Nummer 20 habe ich heute bekommen. Glück ist eine Sichtweise auf die Dinge. Und die Lektion Nummer 20